Hey, willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben heute vor euch ein bisschen mit durch den Tag zu nehmen. Wir gehen heute zum CSD nach Frankfurt und dachten, wir drehen dabei einfach mal einen Vlog und nehmen euch mit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Wir sind jetzt endlich auch wieder auf dem Heimweg mal wieder, war leider nicht so lange da, weil wir auch die Hunde dabei hatten, aber war auf jeden Fall mega cool und haben auch ein paar Bilder noch gemacht und ich kann euch die Bilder ja auch noch so im Anfang des Videos noch hinten einblenden, könnt ihr euch die noch ansehen. Ansonsten sind wir noch mit meinen Eltern vorbeigefahren, war da noch eine Weide, weil die auch in der Nähe wohnt und ja, fahren jetzt wieder zurück zu unserer Wohnung, lassen wir noch die Hunde gleich mal ein bisschen laufen, können wir euch auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen was zeigen und dann müssen wir uns noch einen gemütlichen Abend mal gucken, was wir noch so machen, können wir euch auch gerne noch mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.